Warte, warte, warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr am teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop! Jawoll, meine Güte! Kei Drop, Town-Skins sind näher als man denkt. Jo, wunderschönen Gebärmsteiger Sprügel-Spritzer. Roni ist hier am Start und ja mates wir sind zurück auf Keidrop zusammen mit Monze. Hallo! Gampling ist natürlich aber 18, nur weil ihr die übrig habt, dann guckt mal hier die Giveaways. Holy Macaroni, ey, kann man doch einfach so beitreten? Ja, da gibt's ja Voraussetzungen, die man erfüllen muss. rechts zum beispiel der letzten 24 habe ich nicht aber ich bin anscheinend auch wir können zwischendurch mal eins direkt auf der seite oder geht es ja klar ich habe das ist natürlich geht es können wir halt auch so machen also nicht nicht immer aber dass man halt ab und zu sagt das nicht immer aber mal ja klar wenn den sondercode und für ein gut haben auf das ist denke ich mal eine voraussetzung ein bisschen reicht auch das muss halt keine dollar machen oder diese herausforderung hinzufügen müsste einfach den code chrony benutzen und dollar aufladen das machen wir da auch nicht gesamtwert der gewährst 411.000 dauert drei tage das machen wir dann haben wir nicht so dass mit dem raus ja doch ja gut aber ich will ja eigentlich dass die community das bekommt aber dann machen wir doch hier gab mal die neue kuma case einmal auf das leckeres für euch drin ist 50 us-dollar voucher kann ich den jetzt als als gewinn machen das weiß ich nicht ist das doof kann man den auszahlen lassen oder oder muss man den ausgeben weißt du so wir machen die noch mal aus naja das ist glaube ich doof machen wir lieber ein skin den man auszahlen kann das macht mehr sind und da könnte man was vorbeihaben lecker ob man das geht direkt weiter ich wollte auch gott über links links auch was kostet denn 160 160 die hat jetzt 150 gekostet 300 aufgemacht verkaufen weiter weiter wir haben hier die klitschkiste gefunden sie sind nicht richtig eingestellt oder so da tut es natürlich schon mehr weh da tut es natürlich schon mehr weh muss man sagen hatten wir vielleicht einfach nur ein paar lucky rolls wohl irgendwie scheint so ist jetzt nicht mehr so geil aber wir müssen es probieren ist ja dass jetzt der sohnprofil reingetriebelt wir müssen es probieren ob es einfach kann es sein dass sie noch nicht richtig eingestellt ist oder so auch scheiße einfach versuchen noch einmal aufmachen irgendwie ist auf jeden fall der titel ist die ist die kiste klitschte am anfang ja später nicht mehr ja der versuch auswärter ja dann mach doch jetzt hier das giveaway kurz oder? genau das mache ich tim 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 hier giveaways dann giveaways erstellen zappt er ab ja voucher da muss man halt was aufmachen ne ist das doof oder ist das nicht doof? wenn du halt zwei items machst dann kann jetzt sein dass einer sag ich mal dann ein kleines item gewinnen also wenn du jetzt ein 40 und ein 10 dollar machst ja oder mach 3,15er bauerschaft durch wenn ich es so mache weißt du? dann 1 US dollar dann gibt es 3 gewinner 3 gewinner ja das brauchen wir cool zwischendurch oder? 1 dollar kannst du das 16 fach allein durchs giveaway gewinnen ok machen wir ist erstellt link davon haue ich euch unten ins video dann bin ich vor allen anderen drin und dann gut luck das läuft jetzt halt oh das läuft 3 tage habe ich leider eingestellt 2 tage werdet ihr noch zeit haben wenn das video draußen ist ja in dem sinne danke fürs zuschauen haut rein und bis Spider-Man ciao ciao